Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark. Wahrscheinlich Shorty. Mal gucken, ob es auf jeden Fall kein Gameplay, also irgendwas kurzes. Und zwar folgendes. Ich habe, wenn ihr hier schaut, ich bin ab 50% vom Abenteurer-Folianten in Feten freigeschaltet. Und da gibt es ein Gegenstand, Geheimkarte. Eine Geheimkarte, die zu Abenteuer, Stille, Insel, irgendwo auf dem weiten Meer führt. Mal gucken, was das ist. Die tun wir jetzt mal beanspruchen. Und dann gucken wir ins Inventar und sagen hier, ah, das ist wieder so eine Kiste. Das ist wieder so ein Hochseedingsbums, was man entdecken kann. Ah, wo ist es? Gucken wir mal schnell auf der Karte. Hier, das müsste hier irgendwo sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich bin. Ich bin hier, also hier runter segeln. Dann da rum segeln. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Irgendwie da, aber da habe ich jetzt keine Insel gesehen, oder? Ja. Ich würde sagen, ich hole euch dazu, wenn ich in der Nähe bin. Und dann gucken wir mal, was es da gibt. Ob das wirklich ein Abenteuer ist, oder ob das wieder bloß so ein Dings zum Abhaken ist. Ich würde mal sagen, ich beam mich auf Schiff, Segelbreit und ab die Post. Bis gleich. So, jetzt sind wir schon in der Nähe. Hier steht 90 Nox bis Nordosten. Bis Norden. Okay, das heißt jetzt von hier aus, was immer Nox sind. Und dann gucken wir mal hier hoch. Das muss, hier ist keine Insel eingezeichnet. Also ich bin mal gespannt, was wir da entdecken. Ah doch, schaut, hier ist eine Insel. Aber kann nicht anlegen. Wow. Mal gucken, vielleicht muss man das hier zuerst anklicken. Stumme Insel, eine Insel der Bewohner Jagd aufeinander gemacht haben sollen. Jahrhunderte später entdeckte man, hat man, wurde ein zahlreiches Skelette entdeckt. Erkundungsbericht. Kann ich da jetzt anlegen? Nee, ich glaube nicht. Nö, das ist auch bloß so wieder so ein Entdeckungseintrag. Schade. Die sieht cool aus. Ah, hier ist jetzt das Symbol. Ja, das war es eigentlich dann schon. Schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber naja. Dann war es doch wieder bloß so ein Erkundungsquest. Und damit habe ich wieder ein Sammlerstück hier bei Meeresbeute. Belohnungsinfo. Nö, geht noch ein bisschen. 13 habe ich bei 14, gibt es dann ein neues Mitglied für die Brahms. Okay, dann war es das für diese Folge. Ein bisschen unspektakulär, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Seid so nicht, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Channel, schreibt Kommentare. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Lost Ark. Ob jetzt Abenteurer, Voliant, Shorty, Beziehungsquest, Inselquest, Kaderquest, Shorty oder Gameplay einfach vorbeischauen. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen. Und wisst ihr, immer schön gesund bleiben. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.